Ich wäre froh, wenn ich ein gutes Selfie von mir selbst hätte, in erster Linie, weil ich habe wirklich so die letzten Minuten, als ich los musste, bin ich gerannt, ich habe nicht ein Bild, deswegen, ich glaube, das wäre cool, wenn ich ein Bild von mir hätte. Und sonst, boah, Peter Fox ist hier, oder? Ach, scheiße, wäre Peter Fox hier, würde ich mit ihm direkt ein Selfie wollen.